Hallo und herzlich willkommen zurück beim Zusammenbau des APU-PCs. Wir fangen natürlich zuerst mit dem Prozessor an. Das Mainboard hier auf die Verpackung des Mainboards gelegt, nicht auf die Antistatik-Külle. Die ist nämlich nur von innen antistatisch. Und wenn ihr es außen drauflegt, riskiert ihr, wenn Restspannung noch irgendwo vorhanden sein sollte, ein Defekt des Mainboards, auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Aber man muss ja kein Risiko eingehen. Der Prozessor hier, wenn möglich, an der Seite nur anfassen und nicht auf die Pins. Wir machen den Arm hier einmal hoch und haben ein kleines schwarzes Dreieck am Sockel, das ist hier schwer sichtbar, und das goldene Dreieck am Prozessor. Dann einfach rauflegen und es vorsichtig reingleiten lassen. Das sollte sich von selber da rein bewegen. Wenn ihr pressen müsst, habt ihr was falsch gemacht, weil die Pins sind sehr fragil und da bricht dann schnell was ab. Dann sehr professionell einmal mit den Ärmel nochmal abpolieren, weil das hilft ungemein. Natürlich wäre es besser, mit einem Taschentuch oder einem Mikrofasertuch etc. zu machen. Aber da der Kühler, den ich hier gewählt habe, für den Standard-Takt E übertrieben ist, wird das 0,3 Grad weniger wohl auch nichts ausmachen. Nun ja, als nächstes zur Kühlerinstallation. Da haben wir ja den LC-CC120. Ziemlich guter Kühler. Und according to the Anleitung müssen wir zuerst die Backplate installieren. Das sollten wir bei dem Gehäuse auch machen, bevor wir das Mainboard eingebaut haben, da wir kein Cutout für die Backplate haben, aufgrund der aufklappbaren Bauweise. Dazu werden diese Stiftchen hier an der Seiten befestigt für den AMD-Sockel und einmal durchgesteckt. Anschließend müssen wir erst ein paar, ja, Abstandshalter ist das richtige Wort, dafür einsetzen. Die werden einfach raufgesteckt, so kleine Plastiksachen, also nichts Großes, da müsst ihr nicht schrauben bis jetzt. Anschließend werden die Bügel hier rübergelegt. Wie die Orientierung der Bügel ist, ist in der Anleitung gut beschrieben. Und da das Ganze ja auch komplett farblich bebildert ist, mit ausreichend großen Bildern, sollte es eigentlich auch für einen Anfänger kein Problem sein, den Kühler raufzubauen. Und das ist eine Sache von 1-2 Minuten. Anschließend hier an den Seiten die Schraubköpfe drauf machen, dass die Sachen alle fixiert sind. Und dann können wir eigentlich auch schon die Wärmeleitpaste auftragen. Dazu einen, na, fast erbsengroßen Fleck drauf, das war jetzt schon ein bisschen zu viel. Aber wer kann auch ahnen, dass LC-Power so großzügig ist und deutlich mehr Wärmeleitpaste beilegt, als man braucht. Es gibt eine ganze Reihe von Methoden zum Auftragen, aber die Temperaturunterschiede sind im Bereich von 1-2 Grad, wenn überhaupt. Und das ist eigentlich nicht euer Problem, wenn ihr den Kühler ausreichend dimensioniert habt, was ja hier auf jeden Fall der Fall ist. Gut, dann den Kühler einmal aufsetzen, dabei darauf achten, dass ihr später noch verschrauben könnt an den Seiten, was mit dem Lüfter schon schwierig wird und ein ziemlicher Krampf war. Hier an der Seite einmal befestigen und an der anderen Seite auch. Dann natürlich darauf achten, dass ihr den Stecker für den Lüfter einmal am CPU-Fan beschrifteten Header angesteckt habt. Und als nächstes kommen wir zum RAM. RAM-Installation ist so ziemlich die einfachste Sache. Wir haben hier eine kleine Auskerbung und die haben wir auch im RAM selbst, wo wir dann sehen können, wie wir den RAM befestigen müssen. Wie der RAM für Dual-Channel platziert werden muss, könnt ihr in der Anleitung des Mainboards nachlesen. Falls ihr es gebraucht kauft und keine Anleitung habt, findet ihr den natürlich auch auf der Website des Mainboard-Herstellers. Den RAM einfach runterdrücken, sodass das Ganze einschnappt, da ist schon ein bisschen sanfte Gewalt nötig. In meinem Fall ist es jetzt hier der erste und der dritte von der CPU aus gesehen, der Steckplätze, sodass ein Dual-Channel-Betrieb möglich wird. Und schon habt ihr den RAM installiert. Dauert 10 Sekunden. Bei so großem RAM natürlich immer darauf achten, dass ihr mit eurem Kühler nicht in Konflikt kommt. Beim LCC120 ist das jetzt hier kein Problem, der passt gerade so. Aber viele größere Kühler müsst ihr dann auf Low-Profile-RAM zurückgreifen. Beim Trident X könnte man sogar den oberen Kühlkörper noch abnehmen. Gut, als nächstes bauen wir das Mainboard in das Gehäuse. Stand-Off sind hier schon vorinstalliert. Dazu legen wir das Mainboard einfach rauf. Eine I.O.-Blende wird natürlich vorher installiert. Wenn ihr eine habt, immer daran denken, sonst verbaut ihr es und ärgert euch, da fehlt doch irgendwas, dann könnt ihr alles normal ausbauen. Das Mainboard dann vorsichtig passend rauflegen. Natürlich zwischendurch vielleicht mal enterden, wenn man kein Enterdungsarmband hat und gerade noch im Haus irgendwie rumgelaufen ist, um was zu suchen. An Schrauben, Zierteilen, was auch immer. Anschließend die Schrauben hier befestigen bzw. die Stand-Off wieder versetzen, nachdem man festgestellt hat, sie sitzen falsch. Man sollte am besten mit einer mittleren Schraube beginnen, denn gerade mit einer I.O.-Blende, wenn man eine hat, drückt das dann schon ein bisschen. Und nachdem die Schrauben befestigt sind, hält das Ganze dann auch gut und lässt sich ohne weiteres nicht mehr verrücken. Was die Laufwerksinstallationen angeht, haben wir hier nur eine Festplatte. Die konnte man einfach als Festplattenschlitten mit zwei so kleinen Schlittenteilen reinschieben. Auch wenn die Anleitung mir nahelegt, dass man den Festplattenschacht irgendwie ausklappen soll, um sie da reinzuschieben. Ich fand das so viel einfacher und es hat auch problemlos gepasst, ohne dass man was ausklappen muss. Wenn man schon eine Grafikkarte installiert hat, mag das schwieriger sein. Netzteil einfach reingeschraubt, Verkabelung ist bei diesem PC natürlich sehr einfach. Alles was Strom braucht, ist einmal der 8-Pin-EPS für das Mainboard, der 24-Pol-Haupt-ATX-Stecker, sowie die Festplatte und das war's dann. Das sind drei Kabel, die ihr anschließen müsst. Und sonst hat sich das zur Frontpanelbelegung des Mainboards mehr an der Anleitung. So, dann hier beim Bootvorgang. Jetzt mal den Blick auf den Monitor gerichtet. Aha, wie man sieht, schon failed booting several times before. Ich habe schon ein paar Mal probiert, bis ein Bild rauskam. Das Ganze justieren und schon sind wir im BIOS, wenn der Autofokus es schafft. Wie man sieht, bis jetzt, 88 GB erkannt, läuft noch auf 1330er. Das muss man natürlich auf 2400 erst einstellen, normalerweise ist eine niedrigere Einstellung. Der A8 läuft auch noch auf seinem Standard-Takt. Ich werde den noch für den Test auf das Niveau eines 7650 runtertakten, damit ich halt die preis-leistungsoptimierte CPU einmal darstellen kann. Man kann den A8 7650K natürlich auch auf das Niveau eines 7670Ks übertakten. Die paar Megahertz, die das trennt, das schafft jede CPU, auch wenn ihr ein schlechtes Modell erwischt. Das sollte gar kein Problem sein, auch ohne Spannungserhöhung. So, das Mainboard finde ich recht umfangreich. Auch wenn ich es witzig finde, wie man unten rechts sieht, ein scannbarer QR-Code. Habt ihr schon mal einen BIOS gesehen mit einem QR-Code zum Scannen? Also ich noch nicht. Nun ja, sonst bietet das BIOS alles, was es so soll. Ich werde gleich erstmal ein BIOS-Update machen über das Internet und dann als nächstes Windows installieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den Spieletests. Aktuell finde ich den PC ganz gelungen, gerade mit dem LED-Stripe, den ich noch in die Seite reingebaut habe, und dem grünen Frontlüfter. Sieht es doch sehr schick aus. Für die Installation habe ich jetzt nochmal kurzzeitig ein Laufwerk oben verbaut. Das kommt dann später wieder raus. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in ein paar Tagen bei den Spielen wieder, wenn meine Internetbandbreite es zugelassen hat, alle Spiele irgendwie zu downloaden. Bis dahin, tschüss!